Und, äh, hallo und herzlich willkommen zu Metro Last Light. Nein. Wieso nur? Zu Metro 2032 natürlich. Und, äh, wir haben letztes Mal hier aufgehört, glaube ich zumindest, und wir werden... Kann man... Da! Fortsetzen. Gut. Das kennen wir ja bereits. Das ist durch eine Art unsichtbare Welle gefahren. Und wurden ohne. Ich hab meine Rechte, lass mich das nächste Mal den Helden spielen. Was interessiert es dich überhaupt, ob ich Leer oder Serbe? Das interessiert mich überhaupt nicht, da schon. Oh, da ist auch noch Munition. Wir haben hier jede Menge Munition. Wir sollten mal nachgucken, ob irgendjemand noch Munition... Da liegt zum Beispiel auch... ...wie der Munition ist. Sollte man vielleicht mal... ...vorher prüfen. ...dann ich wette. Gib mir bitte ein paar Patronen. Eine Patrone. Ich habe solche Hunger. Kann man denen eine Patrone geben? Danke. Wieso muss ich jetzt hier entlang? Habe ich jetzt irgendwas Unüberlegtes gemacht? Hey, gehen wir! Ja. Ja. Wo wartet ihr denn? Ja. Gut. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen. Aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man ja Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Mach es kurz. Erstmal ausrüsten. Denn da ist noch was schön, dass hier so kleine... Also ich muss jetzt natürlich zu dem zurück. Aber ich würde gerne vorher wissen, ob es hier irgendwo einen Markt oder sowas gibt. Hier darf ich wahrscheinlich nicht hin. Ich sag den hier. Beste Waffen von den Schmiedemeistern. Nur zum Ausatmen. So. Filter. Waffen von den Heimitteln für euch. Wurfmesser. Nützen die was? Nützt das? Ups. Natürlich will das Spiel fortsetzen. es ist hier die beste waffe der welt sehr empfehlenswert genauigkeit beim mittlerer ist fünfmal besser als ihre spielzeugwaffe schutz die beste waffe der welt sehr empfehlenswert also ich wäre für einen schalldämpfer übernehmen sie haben genau die gleiche nun wir können natürlich tauschen wenn sie so nein kann ich irgendwie in mein inventar gucken nein nein ich möchte die schifftaschste nicht aktivieren super die frage ist jetzt was brauche ich für meinen revolver und okay ach so 540 ist das original und die gibt es dafür gut nein ich habe gar kein deal gemacht ja ich lasse es mal so das ist dabei hier sind auch noch patronen schön also es lohnt sich hier rumzulaufen das ist gut sind hier noch irgendwo patronen rum die herumfliegen bist du wirklich auf einem handwagen her gekommen ja bin ich ich würde gern mal auf so einem ding fahren kannst du mir eine patronen geben ich sollte jetzt besser gehen sonst bekomme ich noch den hintern verhauen oh was gibt es denn hier hier gibt es nichts gibt es auch nichts ja dann hau doch ab junge egal ähm ja okay ich würde sagen ich bin jetzt zwar nicht besonders bereit für diese mission aber immerhin bereit als ich vorher war im moment nicht denn ich habe wichtigeres zu tun ich habe nämlich riesenlacks und das anschauen nicht so besonders schön egal ähm so wo musste ich hin dahin gut hä wieso muss ich jetzt dahin der bettelt auch ich glaube ich dreh durch ich glaube ich dreh durch ich glaube ich dreh durch okay hallo hallo äh gehen sie zu polis finden sie dorthin mit einem ranger namens mila ja super verschwinde super wie geh ich jetzt zu polis heiß äh öh ja ich muss ja zu diesem typen da eigentlich hin hier bin ich falsch Was ist hier? Hier, genau. Hier bin ich richtig. Gut. Ja, bin ich. Hallo? Gut, dann gehen wir jetzt eine Runde auf die Arbeit machen oder wo auch immer hin. Dann laufe ich dir mal schon hinterher. Damit ich ja nichts falsch mache. Äh, achso. Kann ich Licht... Ah. Okay, was geht mit dem ab? Ich helf dir mal. Schöner Geheimgang, den du hier hast. Hallo? Ja. Einmal in die verlorenen Tunnels. Natürlich. Es ist immer falsch, jemandem zu vertrauen. Jetzt halte deine Augen offen. Die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben. Aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. So. Aha. Ach, nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Boah. Hat der Munition dabei? Ja, er hat Munition dabei. Mitnehmen. 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 Super. So, habe ich jetzt auch für meinen Revolver ein bisschen Munition? Nein. Natürlich nicht. Wieso denn auch? Wieso denn auch? Seltsame Geräusche. Entweder macht der Boden dieses Geräusch oder der Wind. Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört. Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Torten hören. So ein Quatsch. Okay. Äh. Äh. Die brauchte ich gar nicht. Absetzen. Absetzen. Hallo. Wie kann ich die Gasmaske absetzen? Ich möchte die nicht aufhaben. Ah. Druckthalten. Gut. Scheiße. Eine Karawane. Alles in Tod. Den Stil kenne ich. Banditen. Und die Hansa prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns nicht einfach so durchlassen. Alarmsystem. Alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dosen nicht berühren. Gut. Gut, dass ich sie berührt habe. Pass auf, wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich. Uh. Lass mal durch die Gegend schießen. Hoppla. Eine Drahtschlinge. Ausgezeichnet, um blinde und wagemutige zu beseitigen. Du weißt, was du tun musst? Ja. Erstmal. Du weißt, was du dich hab. Ja. Du weißt, was du weißt, ist ja schon. Du weißt, was du weißt, was du weißt, was du weißt. Universität schon Trump sind. the